Ein hallo und Bill und die Showbox. Es geht weiter mit Kena. Wir sind hier in den Feldern des Dorfes von Adira und müssen jetzt als nächstes zum Wachturm. Spannend, was uns heute alles erwartet. Okay, da ist definitiv ein Fight. Oh, was willst du denn? Ja, das ist der Endbus. Der Kappa, wenn mich nicht alles geht. So, was ist er denn? Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Oioioi! Wo ist er denn? Ja, Kappa Kappa! Wer drüben? OI! Och, nee, hopp, komm! So schwer war das doch jetzt gar nicht. Von hier aus starten? Wo bist du denn? Hier ist er der Kappa. Hier ist er der Kappa. Der wirft wieder seine Bumpen. Was für eine Nervensäge. So, we're at end. We're at end. So, we're at end. So, we're at end. Do you have to do that again? Yes. Okay, wonderful. Wo hab ich das hier gesäubert? Hier ist ein Stein. Wie bekommen wir den Stein hierher? Warte mal, da ist doch was. Da ist doch ein Stein. Trag den mal hierher. Da ist der Wachtturm. Ganz schön krasses Gelände. Okay, was können... Oh, da hat sich jetzt auch schon wieder was Neues aufgetan. Müssen wir dich nicht irgendwo einsetzen. Ich bin jetzt hier. Okay. Oi oi... Wieder eine Ranke weg, eine gibt's noch. Da haben wir noch ein kleines... ...Bobenschiedsspiel. Zuweil. Ich spekuliere. Meine Pfeile gehen ja langsam aus. Aber das reicht. Wir kommen jetzt hier noch runter. Das ist die nächste Frage. Ohne dass wir sterben. Gibt es irgendwo eine Blume? Nicht wirklich, ne? Das muss genügen. Wir haben das hier jetzt alles aufgedeckt. Hier gibt es aber noch eine Geisterpost. Die ich definitiv nicht verpassen will. Wir sind da drüben. Was haben wir denn da drüben? Nein! Wow! Echt? Krass, wie groß dieses Dorf ist. Da gibt's wieder so viel zu entdecken. Hier war ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Da gibt's einen Hutwagen. Wie viel haben denn noch keinen Hut? Zwei, vier, sechs, sieben Stück haben noch keinen Hut. Dann bekommst du einen Käfer. Die anderen sind ja schon ausgerüstet. Herbst habe ich auch noch nicht ausgerüstet. Also eins, zwei, drei. Noch ein Eichelkopf. Und einer fehlt noch. Was geben wir dem? Einen Herrscher. So, wie kommen wir denn in dieses Haus hier rein? Gibt's einen Wartbund, oder wahr? Ja. Da geht's weiter. Ist aber noch gesperrt. Da gibt's eine verfluchte Truhe. Da gibt's eine verfluchte Truhe. Besieger acht Feinde ohne Zeit. Begrenzung. Begrenzung. Begrenue. Sofachte vier Malm Sick. Um jetzt an Lander und aufzulchez! So, jetzt sind wir halt weitere... Ah, da sind wir schon. So, das wird nicht ein Scherz sein. So, jetzt sind wir beide. Doch, nee, hop, komm. So schwer war das doch jetzt nicht. Ich treffe aber auch, wie geht es uns? Ich kann nicht ganz gemütlich von da oben abschießen. Ich komme da. Ich kann nicht ganz gemütlich von da oben abschießen. Da kann das Vieh mir überhaupt nichts machen. Und das war's für dich. Diese Schwäche habe ich genutzt. Ein neuer Hut. Und das ist ein Cowboy-Hut. Oh, wie ist das Dorf groß. Jetzt müssen wir erstmal eine Hauptstory folgen. Es gibt so viele Häuser, ich weiß gar nicht wo ich hingehen soll. Oh, ein Mark, ja? Ohohohoh! Hm! Interessant, interessant. Endbosse kommen jetzt schon als normale Gegner. Haben wir das noch nicht gesprengt hier? Ja, das haben wir doch schon gesprengt. Dann haben wir hier noch was. Die Fahm will ich jetzt noch nicht besiegen. Was haben wir denn da oben? Das hat sich ja nicht gut angehört. Es gibt aber auch keine Teleportationspunkte hier. Wow, was haben wir denn hier? Heftig, heftig. Ich stelle das mal auf. Hier gibt es eine verfluchte Truhe. Oh, schau mal was ich hier habe. Die einzige Geisterpost hier drin. Ah ne, es gibt zwei. Wir sind sowieso im Dorfherzen. Da sollten wir noch gar nicht hin. Aber ich habe gehofft, dass es hier eventuell einen Teleportpunkt gibt. Das gibt es aber nicht. Dass wir uns dann später einfach hierher verlokertieren. Wow, nein, nein, nein! Dann bin ich wieder hier. Dann wärst du einfach viel zu viel abgelenkt hier von der Story, äh, von den Zwischenaufgaben. Das war's. Das war's. Ich habe noch ein paar mal. Dann haben wir schon wieder einen Rott. Wie kommt es jetzt mit uns? 44... Da hätten wir auch noch einen Schrein. Okay, wie bekommen wir hier den... Da drüben frei, ne? Den Schrein. Wahrscheinlich, wenn ich hier den Markplatz die andere Farm befreie, müsste ich aber den Mark ja besiegen. Sollen wir es nochmal wie den Markier versuchen? Ja. 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 Ich bin bereit. Wir können ja auch einfach aus dem Kampf raus, oder? Genau, dann sterben wir wenigstens nicht. Okay, da drüben müssen wir hin. Aha, das dreht sich einmal, das ist klar. Soll das mit sein? Verpufft. Ne, so nicht. Hm? Hab ich irgendwas übersehen? Oder überhaupt hin? Das sollte möglich sein, ne? Genau. Können wir hier rüber, dann können wir da runter. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Wieder ein Rot. Gut. Ob ich wirklich noch 20 Frutzen finde hier? Um die letzte Stufe freizuschalten? zu schalten? Jetzt flitzt sich das Ding anders herum. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, die nerven. Wo brauche ich euch denn? Warte es einfach mal hier her. Obwohl... Schnappt euch mal das hier. Könnt ihr das hier hochtragen, ey? Okay. Okay, das ist die erste Stufe. Jetzt schnappt euch mal das hier. Und macht das irgendwie mal hier her. Ich weiß, es ist ziemlich schwer, aber... Tut mir leid, meine Freunde. Danke. Okay, was haben wir denn hier? Wir sind jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Da kommt mit Sicherheit ein Fight. Da kommt mit Sicherheit ein Boss oder ähnliches. Hier haben wir Heilung. Okay, ich würde sagen, heute haben wir ja... Einigermaßen... Nichts geschafft. Ich meine, wir sind... Ein bisschen im Dorf herumgegangen. Haben verschiedene Sachen erkundigt. Haben verschiedene Rots für uns gewonnen. Haben verschiedene Hüte freigeschaltet. Und... Eine Geister-Post. In der nächsten Folge... Machen wir die Scheune frei. Wirklich freuen wir, wenn ihr auch wieder dabei seid. Danke für Ihren Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's noch eine gute Zeit. Von Beginne pulls auf dich zu sehen. Wie verabelt among Kids Jesus Revelation? Ja, ti ministry wird genutzt. Unsinn! ��ulm! Und nele. Nein. Si...